Das Weingut Dr. Köhler gehört zu der rhein-essischen Familie Dreisigacker und diese steht für große Qualität im Weinbau. Die Phantom-Weine stehen den Weinen von Jochen Dreisigacker in nichts nach, sind aber deutlich günstiger. Dieser Grauburgunder Chardonnay ist ein absoluter Preis-Leistungstipp. Er ist feinfruchtig, zartschmelzig, elegant und finessenreich. Einfach rundum gelungen.